Besonders brisant sind Trumps Telefonate mit Wladimir Putin. Eine Quelle nennt die Unterredungen der beiden Staatschef als zwei Kerle in einem Dampfbad. Trump spricht mit dem Kreml-Chef am liebsten über sich selbst und prahlt dabei mit seinen Errungenschaften. Der US-Präsident zieht dabei auch über seine Vorgänger Obama und Bush her und nennt diese Schwachköpfe und Schwächlinge. Einmal spricht Trump auch über seine Erfahrung beim Miss Universe-Festzug in Moskau. Insider berichten laut CNN davon, dass Putin seinen Amtskollegen regelmäßig vorführe und überlegen sei. Trump zieht in seinen Telefonaten auch über andere Politiker her. So soll er die deutsche Kanzlerin einmal als dumm und die ehemalige britische Premierministerin Theresa May als schwach bezeichnet haben. Den australischen Premierminister Scott habe Trump sogar regelmäßig gemobbt und gedemütigt. Generell sei Trump bei seinen Gesprächen so unwissend und so schlecht vorbereitet, dass einige hochrangige US-Beamte, darunter seine ehemaligen Staats- und Verteidigungsminister, davon überzeugt sind, dass der Präsident selbst eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017